So, wie ihr sehen könnt, ist dunkel. Jeff hat seinen Bändchen nahen und wir sind auf der Suche nach einem neuen. Jeff, komm mal her. Ich zeig's euch mal schnell. Komm mal hin. Nachts ist er einfach ein anderer und da wird geguckt und gemacht, ob da jemand kommt oder nicht. Mach mal Sitz. Jeff, der lässt da echt nix aus den Augen. Schlimm. Naja, auf jeden Fall haben wir hier vom Fressnapf so ein Leuchtteil. Es leuchtet eigentlich auch ganz gut am Anfang, nur wenn es ein bisschen dreckig wird, dann lässt die Leuchtkraft echt stark nach. Vor allen Dingen, die sind nur gesichert durch so ein Schräubchen und das fängt dann an zu wackeln und wird unstabil. Vor allem hier, das geht dann raus. Wenn die eine Saison halten, dann ist gut. Dann ist das eigentlich relativ schade. Wir sind jetzt noch mal schauen, ob wir eins finden. Ob das jetzt... Ja, Jeff, kann so wieder ab. Komm, ab. Kann wieder gucken gehen. Ob wir eins finden, gescheites. Mal schauen. Ich geh jetzt halt mal online einkaufen. Und weil... Ich war jetzt in Fressnapf, Futterhaus, überall. Und die haben alle nur diese Quarkdinger. Und eine vernünftige Taschenlampe, wo ich dann auch noch... Ja, wenn ihr da eine kennt oder so, dann schreibt die doch mal in die Kommentare. Die soll vor allen Dingen weit und hell leuchten können. Und nicht allzu groß sein. Ja, die muss jetzt keine halbe Stunde leuchten oder so, sondern das Wichtige wäre einfach nur... Zwei, drei Minuten. Ohne dass sie mir in der Hand wegbrutzelt. Und möglichst hell sein, ne? In dem Sinne, sehen wir uns noch.